Wie kommt der dann zu dir jetzt? Läuft der oder fährt der oder? Egal Was? Weiß ich nicht, was er jetzt macht Perfekt Corona Test Und Sprichanlage Sprichanlage, er macht direkt Klingelanlage draus Boah, der Stromkasten Strom ist an Kannst du mir noch eine geben, Noah? Aber so eine normale, bitte Aus der großen Kreis, ja Aus dem kleinen oder? Aus dem großen, Schatz Ja, so ein Tettibär oder sowas Danke Ah, hier ist er nicht Ich sehe bis jetzt gar nichts Alter Wo kann er Hier Hier? Ja, Wohnzimmer Obwohl die Temperatur auf 11 ist Ja, brauche aber EMF Ähm EMF Ja gut, er kann ja auch hier irgendwo dann hier rumschwimmen Ja, Schatz Ich wünsche ein Tettibär Oh, du bist ein Schatz Danke, Maus Such da einfach einen raus Ich komme noch wieder Danke Soll ich jetzt EMF am kreuzen, ja, ne? Ähm Ne, noch gar nicht Das war ja noch zwei Ach, zwei, okay Bitte, warte Wenn der Acht mit da in die Kompi kreuzt, dann da drauf Hi, du Meile Hier hinten ist 8 Grad Hallo Ja, ich weiß, der hat hier den Teddy umgeschmissen Das war ja schon Ne, ne, das war schon dein Echt? Ja Ja, das war der Geist Boah, das ist natürlich zu schauen und im Bett zu liegen, gerade mit dem Laptop Laptop Ich kann leider, ich kann keine Bitschernübertragung machen Alles gut, ich schau ja gerade den Dormen Gerade zu Der läuft gerade in irgendeinem Schlaf Laufzimmer rum, ey Jetzt ist da irgendwie ne Keine Ahnung, oder ist Ja, ich schau den Grundnamen bei ihm Und der ist Wohnzimmer Oh Gott, der geht in den Keller Ich nehme ein Buch mit und noch ein Dot mit Ne, warte mal, ich nehme Kamera mit, okay? Ich finde es krass, wie Dommel keine Angst hat, dieses Scheiß-Spiel zu spielen Also ich habe auch Angst, aber ich mache das auch mittlerweile Aber ich habe schon Angst trotzdem Ab und zu bin ich ein Schisser, wenn Dommel stirbt, dann gehe ich nicht mehr rein Und dann hat sie es ausgespielt, wenn Dommel stirbt Ja, dann kann, also ich weiß nicht, ob ich das alleine schaffe Hey! Na Okay, wir können mal gucken nach Dotz, ich habe die Kamera hingestellt Ich kenne auch noch ohne Taschenlampe Warum wird früher auch? Ne, ich rauche eine und dann gehe ich ins Bett Ja, wo muss ich noch? Also... Eine darfst du noch nehmen Salz! Denk Du weißt, was das heißt, wenn Sedef sich jetzt hinlegt Hab ich die Plätze hier gut gemacht? Krass! Das ist hier ganz normal Sie steht auf um 1 Uhr morgens 2 Uhr morgens Und let's go Ich dachte, dass wir uns wieder gespielt haben Ist es erst 5 Uhr? Alter! Also Gott sehe ich keine Ich habe auch normale Temperaturen, ich glaube der hat gechanged Was? Kaum gechanged Ja nicht Ich schaue schon Ihr könnt gerne nochmal schauen, aber ich habe eine normale Temperaturen Ja dann würde ich nochmal... Aber hier hört der mich Der hört mich Der hört mich Change Nimm mal das Thermometer, bei mir sind da normale gerade Hast du da auch wieder normal, oder? Ja, 20 Grad, ui Ja, der hat gechanged Jaja Was ist los, Schatz? Oh, ich mache gleich sauber, ist okay Ich meine 20 Grad ist voll warm, oder nicht? Ja Geister sind kalt Nein, Schatze, die Häse kriegt Bauchweh Geister sind kalt, Blüter Ich gehe in den Keller, Leute, ich gehe allein in den Keller Oh, ich bin stolz auf dich Ich bin in dem Keller Ja Hier liegt der Laptop liegt hier auf dem Boden Wo? Oben im Zimmer? Hinten? Oben, ja Der hat hier die Tür angefasst Aha Ja, der ist hier Im Gang könnte er sein, ja Wird überschätziert Erschreck mich immer, wenn du hierher kommst Wo hat der den Laptop angefasst? Ähhh, hier In dem Zimmer direkt hier Ach, ihr seid oben Jo Fingerabdrücke Oh shit Ey, Event, Event, Event! Oh, das ist kein Event Doch, Event, alles gut, Leute Es war Event, Mann, Mann, Mann Wir haben den dicken Metzger Wir haben den dicken Metzger EMF 4 nur EMF 4 Aber Finger Fingerabdrücker, Hammer EMF 4 Ja, leider nur 4 Poltergeist Wir haben den Wir haben den Noah, bist du das Wahnsinn! Ey, ich hab mich erschrocken Jetzt bin ich tot wegen dir Mach das nie mehr Schade Der ist so dumm, der schmeißt einfach von der Tür ein Kuscheltier auf mein Laptop Noah, ich hab mich richtig erschrocken Hör doch Hör doch bitte auf, Mann Mein Kind tötet mich, ohne Scheiße Oh Mann, wo bist du denn gestorben? Hinten im letzten Noah, mach das bitte wirklich nie mehr, mein Herz Ich hab Herzinfarkt gekriegt Cenk, komm mal raus Ja Einfach tot, Digga Wir haben jetzt schon keine Sanity mehr, what the fuck, Alter Der geht richtig ab, der Typ, ne? Das ist brutal gerade Ja Wir haben mal die beiden Pillen Wie viel haben wir denn? Alter Ja, ich hab schon 2 geschluckt, also ich hatte genauso wenig Ich hab Belissa, hat echt nen Herzinfarkt Alter Ich hab mich richtig erschrocken, ey Stell dir mal vor, du bist fokussiert und von hinten kommen Dings geflogen, Alter Was war das für ein kuscheltier? Das war so ein Gummifrosch Ja dann, immerhin Boah, ich bin fix und fertig jetzt, ey Glaub ich dir Ach, das Lied Der hat Dings schon wieder ausgemacht Huchenkind Boah, bist du, wer, bist du Hallo Warte mal Kann ich irgendwas mitnehmen oder machen? Ja, leg mal die Items, die unten im Wohnzimmer sind hoch In den Gang Ach so Warte mal Einen Daumen schmeiß die EMFs durch die Gegend, als ob's nix wär Ja, nochmal Warte mal Du sind noch Warte mal Du und Jasin lebt ja nur noch Ja Oh Gott Irgendwann durch die Gänge durch und red mit dem Warte mal Du und Jasin lebt ja nur noch Ja Irgendwann durch die Gänge durch und red mit David Warte ja kommst du der hantet brenn oder was überlebt hatte noch anscheinend ja ist ja richtig aggressiv was ist das ich lebe noch es könnte ein demon sein hinter ich bin mir sogar sehr sicher dass es einer ist was werden die man hoch und gefrier man ja bist du es ist doch kein demon ja dann fickt was anderes dann fickt deine mutter holt was hat er gesagt keine ahme ich habe es nicht verstanden hallo hey du pisser irgendwas hatte gesagt aber come on man and let ready do you like chicken like me hello hallo 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 thank you lauf bist du tot nein ist ja nichts ja ich bin tot was nein es hier bei mir ging wo so tot noch nicht ist er bei dir und er ist in der garage gewesen erst mit der gelaufen also ich das überlebt habe ich mich verarschen da war no way dass ich das überlebe ich konnte mir nicht verstecken weil das zuwahl da und er hat mich trotzdem auseinander genommen dicke ich habe ihn gefickt du hast mich gefickt hallo ich hab sie nicht gefickt wie alt du bist du dreckiges stück scheiße wo wo are you wo bist du land schade schick oder was heißt wie bitte what what do you mean man how old are you ich will was testen aber es wird schwer what are you doing what are we doing komm mal raus ich will was testen aber es wird sehr schwer ich muss vorher noch das leite fotografieren ja komm gleich warte how old are you man du brauchst die box nicht mehr bro hat doch geantwortet wenn du willst können wir wieder ein foto versuchen ja komm ja dann gib ihn da hattet sowieso 10 10.000 mal abu wenn du wieder ein fotoapparat in die hand hier aber diese links klick bro rechts war falsch glaube ich ja sorry ich wusste es nicht mehr ich auch nicht mehr deswegen ich hoffe wir kommen rechtzeitig rein wo sollen wir stehen am besten hast du eine idee versteck dich versteck dich erst mal habe ich es war gerade ein bisschen zu schnell bro er hat mich besser schade man okay dann rechts geht es nichts der ist das phantom der ist der ist heftig aggressiv ich glaube es ist phantom was soll es uns sein weil wir hatten nach dem ersten nach dem ersten hand schon keine sanity mehr safe phantom ja boah ist der krass ich konnte nicht mal was machen ich bin reingegangen der der direkt gehandelt weißt boom ja ich habe es gesehen ich denke ich schon bock auf pro player war muss nicht sein eigentlich was meinst du damit was testen wasser hat er wird mir keine zeit lassen mich vorzubereiten ich verliere halt zwar wenn ich pech habe alle meine items aber passiert schon wo bist du unten man hat kein versteck gar nichts ähm bin sofort wieder da jo ist halt nur doch hier hinten oder war eins ja hier hinten ja gut ich brauche ein fotoapparat ein räucherstäbchen und dir was passiert wenn er dran vorbeiläuft erhuntet pick ihn den Hurensohn er kommt die treppen runter jetzt regt er zu dir jetzt siehst du ihn siehst du ihn pick ihn er kommt hä er geht wieder rückwärts oder also er ist im Wohnzimmer das hat nicht gezählt du willst mich verarschen warum warum er ist weg glaube ich ja warum ich weiß nicht warum die manchmal nicht zählen macht keinen sinn das war doch perfekt er war auch direkt vor mir wo habe ich jetzt wo habe ich den Foto gerade hingeschmissen ich habe ihn in der Hand ok ja ich muss den glaube ich ein bisschen näher an mich rankommen lassen auch gut ja das habe ich mir schon bedankt weil das deswegen ist hier geklaut Co-Play Nummer 2 machen wir jetzt pass auf komm schon ich kann das holt Pro-Play Nummer 2 ich ähm hallo hunt me hunt me hunt me to like to hunt me da wieder rein BB ich habe schon herausgefunden was es ist also ich denke es ist ein Foto weil wir nach der ersten nach dem ersten Hunt schon keine Sanity mehr hatten denke ich trotzdem der Foto da gibt es ja keine Evidence mehr gar nichts Pol-Webgeister Mimic denke ich nicht Pol-Webgeister Mimic macht der Pol-Webgeister nochmal Pol-Webgeister Mimic der kann Sachen rumschmeißen aber weiter als normale Geister Tee was man alles wecken muss ey das ist Mimic kann alle Geistereigenschaften imitieren aber wir hatten keine Gefrier also schließe ich den aus Profi Digga Wallah Buch wäre halt Dings ich könnte gucken aber das wird ein heißer Tanz jetzt vielleicht auch hoch gehen ich finde es voll nice dass Dommel immer die ganzen Spiele immer so schnell versteht und umsetzen kann wo ist das zweite Buch? ist hier nicht du bist nicht dumm Junge, du bist echt nicht dumm ja was Gaming angeht nicht ne oh oh ja ach du Pro-Play Nummer 2 ich guck mal hallo hallo ey wo ist der? ich sehe ihn nicht ey komm treppe runter treppe runter jetzt kommt der Wunscher jetzt bist du da pick ihn zack ok das ist krass ok das ist krass das ist krass sehr nice bis jetzt erst Foto hat gezählt ist er fertig? ja bis jetzt ja ich sehe ihn nicht mehr ja Foto hat gezählt passt ich guck mal ah ja 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 ok aber ich tippe einfach Phantom weil ich denke es Phantom müssen wir ins LKW rein? ne die Toten müssen nicht da rein sooo Melissa hast du Phantom eingeben? Moment ich mach grad was am klären ähm 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 ja also ich hoffe es sicher bin ich mir nicht egal Poltergeist schade Poltergeist was? komisch dafür sind die Sachen aber nicht weit geflogen dafür dass es ein Poltergeist sein soll dein Ernst jetzt? ja aber die Sachen sind nicht weit geflogen komisch ja klar kann auch mal eine Failrunde geben was? kann ja auch mal eine Failrunde geben dann mach ich mal voll würde ich sagen ach so ja ok wenn du möchtest oh warte ich hab noch ähm keine Kopfkamera mehr keine Kopfkamera mehr Scheißsensor hab ich keine mehr du musst zu räumen was brauchst du für'n Sensor? äh Scheißsensor also Sound meinst du? ja äh äh komm ich äh einfach dazu und dann passt das haben wir alles jetzt machen wir wieder jetzt haben wir mal ein paar ein paar go 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 Ups Das ist eigentlich Melissa's Map Ja Es ist normal, dass sie es noch so lange da laden Also ich lade immer voll lange mit mir Ja, aber mit meinem PC war ich immer direkt drin Was machst du da? Ach, ist das jetzt ein anderes Haus oder was? Ja, klar Das ist mein Lieblingshaus jetzt, da bin ich daheim Hallo, hallo Das ist mein Lieblingshaus Hier ist Eck und Winkel und Eck und nochmal Winkel Karten, gell? Stromkasten? Die Map habt ihr gestern aufgespielt, oder? Ja, ich bin ja voll aufgespielt Ja, wir haben ja vorhin schon gespielt Achso, wer darf ich ja nicht anschauen Da ist im Keller, geht jemand runter? Bin schon da Okay, super Jetzt helfen wir an die Ghostbusters Hallo Ich habe hier drei Grad nur Warte mal kurz, vielleicht war es noch zu kalt Ne, der ist hier Der Geist müsste hier sein, mich alles täuscht Sechs Grad Du weißt, dass die Räume am Anfang immerdings kalt sind, ne? Ja, ich weiß, aber hier bleibt es kalt Ich habe überall schon zwölf Grad und hier nur vier Wo denn? Da hinten Vier Komma Sechs 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 Komma Fünf Ich suche aber eine Knochen Fünf, ich habe den hier Save das hier Du kannst es mal probieren Falls Cenk ihn nicht was anderes findet Ich will erst mal eine Knochen suchen Cenk? Vier Grad? Mach es mal, ja? Echt? Wo ist vier Grad? Hast du was gefunden? Hier ist es hier auch Guck mal Du kannst auch hier hinter Ah, okay Was ist, wenn man eigentlich einfach so hinter der Tür geht nicht, ne? Ah, hier! Ich denke, du hast recht, das hier Ja, hier, safe hier, guck Ja, 1,4, du hast recht Ne, hinter der Tür hat früher funktioniert, mittlerweile nicht mehr Weil der die Hände durchdreht 9,8, 3,8 Der kann dich mittlerweile auch durch die Tür töten Früher ging das aber So Also man muss wirklich so diese Verstecke finden Guck mal Ja, du hast es natürlich so blöd hingeschmissen 2, 2, 2 Was sagst du in EMF? 2 2, okay 2 In der Garage ist ein Versteck Vorne an der Schnauze, das Brett Hallo 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 Tschigity Bugs Wollt you Ach, wie alt bist du so lang Hallo Das fängt hat schon gar keinen Bock mehr Er ist so richtig verzweifelt So richtig so, alter, red doch einfach mit mir Die, die reden so selten, die Penner Aber bei Muris Stimme, ne, geht immer Kriegen wir den Ah ja Ah ja Ohohohoho Ach ja Ooooooh 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 Ich bin jetzt erst mal's, ja? Halt deine Fresse! Ich bin jetzt erst mal's, ja? Alter, ich friss Der Geist redet in den Baller, Digger Ich bin jetzt erst mal's, ja? Alter, ich friss Halt deine Fresse Baller wollte nur wissen wie alt der ist, deswegen EMF piept Digger und Cenk geht nicht gucken an mein Heim Toll, ich mein, ich hätt eh mehr Frucht gesehen Ehrlich? Ja Tür Keine Fingerabdrücke Hallo Hallo AAAAAA AAAAAA AAAAA Ich hab mich erschrocken AAAAA 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 Man lässt es ein Hehehe Hehehe Ui 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 Bist du noch im Haus? Nein. Scheiße. Warum? Was ist los? Ich geh zurück. Weil die Tür noch blockiert die Kamera und ich glaub, das Licht ist auch an. Ja. Nein, das Licht war nicht drin. Warum ist es so hell da drin? Alter, der hat ein Buch weggeschmissen vor mein Gesicht. Obst. Dotz. Alle beide? Obst, Dotz, ja. Und ich meine, ich hätt vorher neben F5 gesehen, aber ich bin mir nicht sicher. Ich bin dann leider erst in den Raum gekommen. So. Wo bist du lang? Es reicht doch. Nein, in dem Zimmer war der. Hallo. Ah, der ist hier oben gelaufen. Lol. Keck? Einfach über mich. Ja, bist du. Scholle, schick, keck. Wo bist du? Scholle, schick, keck. Warte mal. Hallo. Hallo. Ah. How you doing, Gummi-Schuhe? Hihi. Wo ist der Pasta? Gruß am Sankt, man. Gruß am Sankt, man. Ja. Au. Aha. Und? Ja, sag ich doch immer, F5, ich wusste es. Also doch, okay. Ich wüsste nicht, dass ich das für mich auch ändern kann. Das ist ein Reitschuh, ich hab keine Lust mehr, ich geh weg. Was ist das? Vielleicht ist das ein Reitschuh? Ja, Reitschuh. Also wir haben jetzt, ähm... Was ist da so schlimm? Orbs, Dots, EMF. Genau. Der ist, äh, in der Nähe von elektrischen, elektrischen Geräten und wenn er elektrische Sachen an sind, ist der sauschnell. Achso. Soll ich ihn ankreuzen? Ja, Bro. Wie heißt er? Reitschuh. H mit H? Reitschuh, Bro. Ja, der ist, äh, unten links. Ah. Witness a ghost event. Hm. Können wir machen eigentlich. So, LKW. Pille, das hier, Foto, danke. Soll ich mitmachen? Wenn du willst. Was soll ich nehmen? Äh, nimm nur nochmal ein Foto mit, weil ich will, ähm, das Buch dieser Moment Fotos voll machen. Aber das vergessen wir immer, das Ding voll zu machen. Ich hab ein Mikrofon mit. Jax, nee, ich vergesse mich auch gleich allein. Aber leise allein. Hey, meine Mole. Guck mal, die da hinten. Hey, Pokémon. Ah, ich wollte euch noch was erzählen. Ich hab den Pokéball, den ich eben gefangen hab, hab ich in den Müll geschmissen an meine Augen. Ich hab mal einen Tunfischessen, Junge. Fuck mir hier ab. Wai, dumme Alli. Hallo. Äh, ich mein Dings. Dumme auch. Aber Marvin, na le. Was mach ich jetzt, dumme? Tschö, mach. Was ist los? Oma? Hä? Wie der ein anderer Name streamt, 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 zuschauen. Er ist einfach stolz. Ja, wenn ihr wollt, können wir mit dem Dings spielen, mit den Karten. Ja, gib die Karte los. Da hinten. Ey, wo ist Melissa? Wo ist Melissa? Melissa, wo bist du noch? Ich bin hier, ich hab mich versteckt. Ach, da hinten ist das Versteck gleich. Ja, perfekt. The Sun. Blast Melissa am Anagrim, da wo sie ist, in der Ecke am Anagrim. Komm mit. Komm. Das Pokémon. Komm mit. Äh. Komm. Komm. Oh. Oh nee. Versteck mich.